Willkommen zu einer neuen Runde ATRs. Heute wollen wir als letztes in dem Event fahren, die letzte Tour mit dem Kartoffeln und zwar von TWINFOLZ. Da bin ich jetzt schon, da stehe ich jetzt schon und jetzt muss man noch einen Auftrag suchen auf externen. Volt-Auftrags-Auftrag wegen der Kartoffeln. Wovor, dann nicht so ein Big Potato, sondern im K... K... Ah, so. So. Wie jetzt gerade unser Prenzurschild. So. Ne, komm. Aufrags-Aktualisieren. Äh... Stopp. Ne, auch mal aktualisieren. Äh, TWINFOLZ. Äh, gut, okay. Das sieht da unten weg. 141 Kilometer. Find ich das? Ich guck mal her. Dann... Das sieht auch noch unten weg. Das sieht auch noch unten weg. Nochmal aktualisieren. Bitte. Ne, ne, ne. Ich will nach oben. Wenn... Oben weg wollte ich. Mit meinen Kartoffeln. Naja... Wie gut. Für einen Meilen. Aber dafür ein schöner Zug. Einen Dribbeltrailer. Ja. Den nehmen wir an. So. Also... Jetzt hab ich schon angeguckt. Jetzt hab ich schon angeguckt, wo es hingeht. Oh, naja. Okay, licht das an. Hab ich recht? Sehe ich, dass mein Licht anders... So. Hallo, Uschi. So. Na gut. Fahren wir durch. So. Na gut. Fahren wir durch. na gut. Armbrot. Demnächst links abbiegen. Wiege nach links ab. … … … … … … … … Ja, es ist mir eigentlich ein bisschen spät. Warum meine Nacht drin? Na gut. Oh, nee, scheiße, egal, hat keine Sehnen, das Rot war. Links halten und dann links abbiegen. Ja, scheiße. Hm. Hm. Wiege nach links ab. So, naja, da links hat er Zocken, das ist doch schön, da wo ich lange muss. Na los, komm. Oh, ich helfst doch wohl nicht. Ja, was denn, du kannst doch. Passt doch. Tut leid, also musst du warten, wenn... Pff, sei ein Depp. Was ist los, Jo? Nu komm! Komm! Fahr! Ich bin doch noch auf meiner Linie. Ich bin da nicht drüber. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Wiege nach rechts ab. Wiege nach rechts abbiegen. Wiege nach links ab. Es sieht schön aus, wie es staubt. Was meinst du? Immer geradeaus. Ein Schädelmacher. Sie sind am Ziel angekommen und ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Sie sind in der Region. Sie sind in der Region. ARD Text im Auftrag von Funk Lass uns loslegen. So, fahren wir hier gleich wieder das Stückchen los, weil verdammt langen Zug mit Dribbeldrehler Kein Problem, ich finde eine neue Route. Wie geht nach rechts ab? So, ich habe hier eine neue Route. So, ich habe hier eine Route. Geh rechts rechts abbiegen. Wiege nach rechts ab. Ja, es ist klar, Mama, nicht fahrt machen heute. Den nächst links abbiegen. Wiege nach links ab. Ja, muss ja auch mal weit. Nach Fahrten muss ja auch mal weit. Rechts halten, wenn du links abbiegen musst und dann schön vorziehen. Schön weit gerade vorziehen. Und dann das einlegen sonst. Sonst kommen nur aus auf die Gegenseite. Ah, zu viel. Vielleicht. Hm. Dann. Ja, dann ja. Sonst habe ich mich. immer geradeaus so viel rumfahren jetzt bei Rot dann stehe ich vorne das ist so schön stehe ich doch bis zur Linie, wa? aber jetzt genau bis zur Linie sauber das ist so so nevend mh Immer geradeaus. Nee, mein Freund. Schön geduldig war. Immer geradeaus. Ja, ja, ups, ups. Links halten und dann links abbiegen. Links halten. Wiege nach links ab. Die haben wir geradeaus hin für mich so jetzt. Oder? Denk ich. Oder auch nicht. Ja. Bisschen unnäusichtig. Bisschen. 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 Mann, jetzt komme ich doch schon mal auf den Dunkeln da hin. Ich will da noch ein bisschen mehr sehen. Schade. Juni, Juni, so ein Kacke, jedes Mal stop and go, bis ich hier raus bin, ey, vor jeder Zeit, bei jedem Ding anfahren und wieder abbremsen und wieder anfahren und wieder abbremsen. Juni, Juni, ich quatsch. Ein Fall und wieder abbremsen. Juni, Juni, vor allem, dass wir befinden, wieder brennen, wieder Ich muss ich verbessern, das ist jetzt schon ein paar Anfeindungen, heute kommt dort um Brazilian ... . Immer geradeaus. Oh Mann. Jetzt kommen wir gleich mal in den Canyon. Da wird die Brücke, wo ich gucken wollte. Jetzt würde ich auch mal ganz gerne auf die rechte Spur wechseln. Schalt, dass ich jetzt schön so dunkel ist. Na ja, ich würde ein bisschen kommen wir noch gucken. Guck mal. Dann mit dem Wasserfelder und so. Tja. Schalt eigentlich. So schön sein können. Deswegen wollte ich eigentlich die Strecke fahren. Na ja gut. Ist halt so jetzt. Ich würde haben das dann. Ich würde haben das dann. Ich würde haben das dann. Ja. Jagerlich. Na ja. Rechts halten. Und dann rechts abbiegen. Dann muss ich jetzt später um den Tor. Wiege nach rechts ab. Ah. Wenn die PDAern. Da habe ich dir Zeiten zurückgestellt. So ein Mist. Da habe ich auch. So. Da habe ich auch. Wo auch. Dann. IDAC oder was? Abschirmdienst. Na gut, ist halt so. Übrigens ist das jetzt total cool. Ich kann jetzt im ADS, im Multiplayer, im SCS Multiplayer mit Brille fahren. Und andere Leute, die mit mir im Multiplayer sind, die brauchen nicht unbedingt eine Brille. Das bedeutet, wenn jetzt irgendjemand mit mir fahren möchte, kann ich trotzdem meine Brille aufsetzen. Sieht ganz genial aus. Und dann sehe ich die auch richtig fahren. So. Teil stark. Tja. 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 Einmal lachfahrt bitte. Naja. 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 Ich mach ein bisschen Mucke an, bitte. Danke. 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 Wenn wir einen Kerb fahren, eine Runde starten, dann wird es vielleicht mehr mehr in den Waldauftragsauftrag und der läuft ja nicht weg. Bitte rechts halten. So, wir berechnen. Oh ja, ich kann nur noch ein Schnitt sein. Wie ist das so richtig? Schüsse Ach look, I'm going to do it fine now Look, I'm going to do it fine I agree I'm going to do it fine What is that? It's so beautiful It's wonderful It's exciting I'm going to sit here Right Well Let's see Let's sleep Please I don't I don't We're going to do it We're going to do it I think we're going to do it No I'm not I'm not I'm not I'm not I'm not I have no 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 Okay Okay It's not It's not It's not It's I don't I don't It's not It's It's not I don't I don't Wir sehen uns beim nächsten Mal. Sooo, jetzt bin ich nicht rechts rum. Links halten und dann links abbiegen. Wiege nach links ab. So, das ist so feil. Ich habe nur vorhin schon Mangel geklappt. Demnächst rechts abbiegen. Wiege nach rechts ab. 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 Ah, schade. Wiege nach links ab. Das ist meine Garage, aber da haben wir ja kein Sprit brauchen. Lass wir da. Das ist meine Garage. Das ist meine Garage. Das ist die Ere-Junden-Diesel-Schritte. Wir finden fertig, dass hier ein Video gezeigt werden können. Und das ist das zu sehen. So, kleiben wir links rum. Links halten und dann links abbiegen. Wiege nach links ab. Du guckst den Zug. Menü. Ich höre mal vor. Ziel. Sauber. Sauber hingekriegt. Nicht verdammt überhaupt. 9.44 Uhr. Ist ja schön. 9.44 Uhr. Honda. Musik. PhD. Ich mache sie wohl schon gut, wenn sie prägt. Und auch mein Seidwort zurückstehen können, weil Tiefen noch ran gepasst haben. Bitte links halten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Scheiße, wieso brummst du so doll? Kloppt oder was? Na ja. Ah nee. Plötzlich reinfädeln. Da bleiben die stehen, wo ich ranne nicht. Naja. Da ist der Wille der Hans. Das ist der Wille. Das ist der Wille. Das ist der Wille. Das ist der Wille. Rechts halten, und dann auswärts rechts nehmen. Nimm die Auswahl rechts. Und dann auswärts rechts nehmen, und dann auswärts rechts nehmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, was ist denn das? Pkw Du musst doch wohl ein bisschen rausholen Ist da noch Platz? Ey Links halten und dann links abbiegen Achso, links Links halten, ne? Das trifft sich doch gut Das trifft sich doch gut Isabel So Uschi Du kennst deinen Sobfer Leg mal es auf Du wirst Du wirst Du wirst Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wieder rechts ab. 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 links 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 ab. Oh, yo! Peter, Lisa, slash man. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Bitte rechts halten. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Jetzt bin ich mir ganz kurz ein in die gerade. Ich glaube, jetzt ist es Zeit zum Feiern. Ich fahr rum mit dem Kaffee. Aber unter Feierbrunnen Kaffee trinken macht es nicht so gut. Ja. Ja, ne, gut. Die Tour werden wir schaffen. Nicht wahr. Ja. Da geht immer gleich zum Schatten. Ja. 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 Rechts halten und dann rechts abnehmen. Musik 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 Links halten und dann links abbiegen. Oh man, oh man, oh man. Oh, ja, wie. Mach der so, als wenn du mich durchlässt und dann. Biegen nach links ab. Scheiße. Route neu berechnen. Das heißt, da ich hingehen muss. Ich will nur mal im Kreis fahren. Demnächst links abbiegen. Weil da so ein Felge wird gesperrt. Wiege nach links ab. Manu. Demnächst links abbiegen. Wiege nach links ab. Wiege nach links ab. Bitte links halten. Wiege nach links ab. Wiege nach links geht. Wiege nach links ab. So, ok. Seemultierung nicht. Shit. So, hey. Ich steig mal aus. Besser ist das. Dieser war schon grün. Ist lang. Ist schon grün. Jo. Ja. Jetzt stehen wir schon gut. Siehste. Ok. Und abgeben. Hm. Das ist die letzte Folge von meinem Event. So. Boah. Erfolgreich. Letzte und längste Folge. So. Ich seit eine Stunde bin ich jetzt gefahren. Hm. Ja gut. Ok. Jo. Alles klar. So. Dann macht's jetzt. Schönen Feierabend. Achso. Ne. Warte mal. Wir können noch kurz gucken. Alles erfüllt von meinem Event. Alles klar. Genau. Und jetzt. Tschüss. Tschüss. ません Vielen Dank.